Hallo! Hallo! Ja! So pünktlich an um HALF? Mhm. Okay, dann kann ich also nochmal ehem Pinkel gehen und alles. Mach das, ja, ja. Fuck! Aber wir Hände waschen, wir! HALF! Welche Fraktionen gibt's eigentlich, Merdi noch? Amerikaner und Russen. Ja, und was? Na, Militia gibt's noch und TAKISTANI. Also, ja. TALIBANI. TALIBANI, ja, ja. Ja, auch gut. El Condor, Pasa. Sehr gespannt, auf jeden Fall. Ja. Kann ich von Freunden... ...ist aber anschauen? Oh, oh, da kommt der, da kommt der Scheiße! Jetzt, ja, das... 76 Spieler, ja. Und? Das ist natürlich, ja, nee, das überhaupt die Mapgröße so groß sein kann. Naja, es geht auch 50 gegen 50, 64, 76, 80 ist das höchste. Das ist ganz geil. Du DRECKSAU! Lass mich nicht noch nicht verbinden, hier. Noch mal eine Steuerung oder rein. Ja, ich bin auch noch mal in der Steuerung eingesprungen. Ich hoffe, ich komme damit klar soweit. Ja, soweit. Hast du noch viele Sachen umgelegt? Ich habe nur liegen und, ja, ZY halt umgestellt umgelegt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also liegen noch etwas zusammengestellt. Das... 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 Das Radio Talk, aber das... Das Quatsprechen habe ich jetzt mal so gelassen, wie es noch ist. Erstmal gucken. Da kann man hören, wenn man sich bandagiert, das kann man hören, auch vom... Mhm. Okay. Nachladen, den... hinziehen, das... Local Voice Broadcast ist dann so Direct Chat wahrscheinlich, ne? Der neben mir. Genau. Okay. Quad ist klar. Command ist dann... Okay. Gibt es irgendwie sowas wie eine HQ oder was? Nein, so ein Obermutz gibt es nicht. Meistens wird es so gemacht, dass es Quad 1... Quad Alpha... Quad nicht übernimmt. Mhm. Alles klar. Aha, hab ich. Ich bin ja mal gespannt. Ja. Ja, ähm... Wie kommen wir denn hier jetzt nachjoin rein? Boah, es hat direkt... Es hat direkt aufgegeben, diese Sache. Okay. Wenn du nämlich liegen bleibst, kannst du natürlich immer noch ein bisschen aufklären. Gut, äh, das ist auch da, alles da. Ähm... Gut, äh, das ist auch da, alles da. Ja. 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 Ja, passiert was. Ja. 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 Ihr könnt gar nicht wechseln, weil ich einer mehr bin. Ja. Ja. Ja, geht nicht. Ja. Ja, zu euch kommt. Ja. 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 Ja, ich bin jetzt Quad-A. Ja. Ja, ich bin jetzt bei euch. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal aufschlucken, ich muss jetzt mal aufschlucken. Ja. Ja, ich muss hier mal da, zack da rein. Ja. 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 Was für Rollen gibt's denn hier? aktueter und Schütze, oder was? Ja, wir sind ziemlich wenig. Daher sind noch nicht alle Klassen frei geschle naturally. Ja. So, Jo. Mauser. Na zu 18. Na zurzeit, na zu 18, oder was? Leěmi lade c'p워che ... Ich helalt es auch schon Ich hab ich schon gefragt, was die pünktlich ... Ja, wir hab ich ja auch in schlMONT jetzt momentan kannst du petro station einer habs bauen da ist ein gelber punkt natürlich keine zeit und zwar davor bewegen kann dann der fuchsmann dann ist das ganz normal ich bin durcheinander ist noch nicht im gefecht ich weiß nicht richtig ist okay muss leiser drin ich bin auch ganz leise gestellt ja was doch auch einstellen muss mir um die verletzten können wir so machen muss ich erst mal gucken muss ich wir können nur schützen in der zeit ja du bist zu leise ist alles so laut alles klar doch ich habe nur leise gedreht das dem geld hat die blöde gott ja jetzt habe ich dich jetzt hat man hier bei mir dann halt mal h gedrückt man muss eigentlich ihr seid bei den armys na ja habe es sich bei mir nix bei mir das ganze enter oder das menü das ist das karten wieder kommentieren kann lmg oder panzerabwehr was euch nehmen was du willst so bitte okay dann muss ich aber zurück zu einer munitionskiste um mir das gott wieder ausrüstung zu holen wenn ich bin wo seid ihr gespawnt fb oder fb ja vorne schafft hier zum beispiel ist eine munitionskiste ja da könnt ihr dann wenn es geht lasse wechseln wird wieder nehmen ok sehr schön wollen jungs lmg ist genommen besser gesetz setzen wegpunkt auf der karte dann sieht sie auch ein entfernungsmesser naja alles sagen wir hin ließen uns einfach mal den anderen kurz an um das ganze ausgang finden wo es raus geht ja alles zugebaut wie ist natürlich hinter dem gebogen was klar einer von euch medic zufällig naja da kann er sterben was da ein klassiker dann müsst ihr wenn ihr wenn genug leute von unserem team in der nähe sind seht ihr auf der karte das local einfach medic rufen vielleicht kommt einer alles klar mit ihm falsch es war lust gesprayt ich glaube man hat auf mause ja nee das brauchst du dieses spiel hier nicht versuchen alles smoke alles rauch ja den brauchst du auch sonst kannst du manchmal gar nicht vorrücken ich kann mich hinlegen mit sehr wichtig umgestellt hast und mit z links klick rauchgranate werfen das weit rechts weg ist dann schmeißt das so vor sich hin ok jetzt mit der granate genauso links klick weit hoch rechts klick kannst du herr kann hatte links aber ein speckchen raus dem 40 dann wenn man man rechtlich gerade macht und man hört schritte sofort abzubrechen wieso ich ja ja der medik geht darum ja aber wir stehen egal total unpraktisch stehen auf einem granatenhaufen und dann auch ich habe 50 meter zum nächsten ich sage wir stehen total auf einmal auf das war ein gewisses fehler da gehört er muss ja im nah bereich liegen der richtung im nah bereich der medik kann mich holen ja sehr gut ich drücke eben enter genau wenn bei euch unten bei der karte wenn ihr totzeit aufgeben steht dann heißt das er kann euch noch wiederbeleben den direkten headshot kriegt dann ja die frage ist schafft das nicht oder nicht das ist halt die frage einfach mal rufen über lokal ich bin am boden die gar nicht mehr rufen ja doch über lokal kannst du mal rufen dann ich drücke enter das ist ja verschieden ist auch nur bewusst du bist bewusstlos ja da rufe ich auch nicht mehr aber ich brauche wieder eine andere wasser alter moment dieser kars rei ich boxman lebst ja noch mal ja auch hat es jetzt mal die mauerrand ja wo es wird in der 1 ist jetzt muss mir das am besten verletzt haben irgendwo selbst aus dem pfeil irgendeiner der das direkt aufgegeben der typ also muss ja irgendwann schnell suchen alle punkte weil die punkte sind rucksackhaufen muss 90 punkte gibt nur da muss man nur in die nähe gegen punkt als einer da ist einer woanders los dann hat das haus er ist weggerannt so hat mich jetzt im nahbereich bekommt auf uns steht doch ein medic auf uns steht doch ein medic der medic hier please medic achtung maus auf unsere leichtesten gegner ok doch gleich die plötere richtig stecken haben schon wieder rüber uns gerade zu verbinden okay und wie kann ich euch jetzt unseren topfen symbol der macht nichts wenn ich rechts oder links geht macht auf dem musste musste die stelle suchen warte mal ich muss erst mal diesen fix die leise so warte was war es jetzt ich habe jetzt ist nur verbandspack hier in der hand ich wusste schon mal dass ich das große verbandspack hier muss ist das klein und dann das große ich habe auf der karte ich bin gerade in den komplex vorgerückt dann kann ich ja toll jetzt ist er auf komplett grün und jetzt passiert nichts genau und wenn du fertig bist mit dem kleinen bandagieren musst du dann die große tasche nehmen links klick machen dann ist halt dieses medic symbol nach dem ausbluten also nach diesem blut symbol kommt dann hatte ich richtig gemacht hast das gruppe hat immerhin schon mal ja ich bin tot gegner gegner direkt auf meiner position stopp nachdem man da sind so aufgeben sony ist nichts für mich sorry leute kommen wir noch nicht mit klar und markiert er läuft um die häuser um vorsicht das wollen dort ich mache das kann ich bestimmt gut dann ist dann ist der gegner in der top auch da und auch dann würde man alle warte um zu spawnen 50 dann müssen wir in der mensch von das war nur noch ein transporter aber im gröner was haben wir einfach mit fahren wir damit war ewig lachen ich habe keine fb ist bauen wir haben noch mal ein probier weil wir schon jetzt nichts mehr da sich das brauchen könnte und bei mir steht noch ein spiel drin nur der punkt haben wir auch die kreis karte der sponpunkt ist aber abgebaut also muss ich auf sporen bauen am ende ist wenn es ist und ich habe die tukul du siehst 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 einen toten vor dir ging der hat so ein und tropfen symbol das soll bedeuten drumherum ist ein kreis wie schnell der ausblutet längst klick kannst du ihn bandagieren dann kommt so ein anderes und medik zeichen größer sieht aus wie eine große blume wie kommt jetzt auch am besten nach vorne mein bar bei so weiter verlaufen weil der letzte transporter hat weg gefahren ist ohne uns ektis also noch mal dass ihr keine mine liegt wo er lang fährt warum seid ihr jetzt nicht mitgekommen naja weil wir kackes bohren zwar ja ok ok dann wer jetzt mit mir drin ist vox man wir springen mal ab mit egal ob so umgefahren das ja nicht man steht wenn ich nicht bin wieder da ich würde die junge mal klar ist jetzt jetzt mal ein rallye und rucksack kaufen wenn ich gerade nah dran sind so sieht das aus da kann man jetzt neunmals von neunmal jeder einzelne das kommt gesamt mal wieder einzeln auf jeder einzelne normal ja sicher ach so nein ich weiß jetzt was sie meint dass jeder neunmals von kann ein 9 2 möglichkeiten jetzt wenn das wort neun mann besteht können neun leute spawnen diese das vor die frage wir sind ja vier leute würde angreifen hat die fänden kann die ist auch das ist oder es wäre sinnlichste also so kenne ich es nur dass wir zum beispiel ist aber die konzentrieren sich jetzt gerade auf die petrol station es leckt hier gerade richtig dass wir von euch aus gesehen in richtung nordwesten laufen sie umlaufen und von der flanke dann angreifen die leuten oder dann rücker ist okay ach so es gibt ja auch nicht du kannst unter wasser bleiben ja du möchtest da gibt dann luft kannst du ja echt aufs ziel machen was ist nfl ach so das ist wie es boxen football ja ja sorry im fahrzeug kann jeder einsteigen muss ich erst für euch den freischalten jetzt hier zum beispiel ich glaube der gelbe truck ist vom feind das richtig sehe ist dass auch ein lodgy in lodgy nennt sich logistik truck wenn man den zerstört nur 20 tickets vom gegner aber granate mit der granate schaffst du das nicht ja super ich habe gerade gesagt ich panzerfaust machen hat keiner geantwortet jetzt sonst hätte ich die panzerfaust machen ja sieht euch meine schöne map von untergang aber ich finde du hast kurz schon dass ich finde das ist tausendmal realistischer also von gefühl her als als armer 0 chancen vielleicht auch einfach nur was was neues ist da ist ja das hat ja nichts aber ich mein form es ist sogar ist das war auch zu dir im battlefield die anderen zwei ja gut konnte die ist ja wohl keine kunst ich wollte gerade sagen dass du naja damit freue ich das viel eher als mit armer wenn du das hier richtig geil taktisch spielst so wie das manche klaren zu machen dann ist das schon echt heftig geil du hast man auch die anderen beiden ich wechsle die position weil ich neben die lache so baut ihr wieder granaten hoffen kaum noch nicht hier schon unser wasser klar ich warte mal auf euch bevor ja ihr seid jetzt rechts von uns und wir gehen schon scope geht ganz weit nach links schauen also ich hab da eine mitte der genau feind auf zwölf wo sko ja keine ahnung ob ihn trifft oder nicht trifft versuchen oder in der mitte der insel oder wo nee auf 14 grad 8 grad erst kopf warte noch mit schießen müssen also recht kann sein dass er dauernd ist keine ahnung ich sehe auch ein bisschen die meiste deckung hat man auf jeden Fall mal drücken das zwischen und dann der rolle so auch meine zwölf ist fahrzeug wurde aber das klackert ich das ist wir sind im compound jungs an der flagge und vermeilig umgesetzt wir können hier von der flanke aus ein bisschen sichern ich bin ich auch schon mal an den wald hier an und dann mal schauen was geht müssen wir schauen dass ich ein flussbett keine truppe aufschließen den fahrzeug daugstraße 330 ob da kommt auf uns zu eins von uns das ganze auf jeden fall mit einem mg 20 und weiß aber das leck der maße steht einer ist ausgestiegen erkannt wer ist da und der links ausgestiegen ist ich glaube wir schießen noch nicht dass da noch einer ich sehe den warte bis ich besser sehe ich glaube der ist eliminiert ich gehe von aus aktuell weites fahrzeug kommt okay herr weit hinten wir müssen jetzt weiter vorstoßen richtig wir müssen jetzt mal die flagge ziehen die haben wir zu 50 prozent das fahrzeug stehen geblieben sind zwei leute ausgestiegen und auch wenn man drum herum darf mir jetzt ins feld links also richtung post wenn ich jetzt schieße ich werde nicht unterdrückungsvolle vielleicht trug mal der zug drauf sagen wir versuchen übers schlussbett zu flackieren ich will hier verlicht machen bis sie die flagge komplett haben ja ok eine rakete rein oder so im ptr bekommt noch eine raketedeckung ja da kommt was groß ist wir kommen auf reich abend rauchgranaten linke seite gesehen gesehen angeschossen also kann sein dass vielleicht in kürze vor 12 uhr ja ich sehe schon welche auf 354 grad nahbereich was fällt es das geht sich von der tür von der tür noch kein kontakt was meine soweit davor so was lassen also hier schon bei der ok ja nur jetzt so damit der bescheid als voxmann diesen sandwerken wurde jetzt nicht dann könnte es jetzt noch weiter aufschaukeln ich bin ja ich bin da von wo auch immer ich versuche mit rauch einmal da dicht zu machen auch fakten getroffen ich bin aufschaukelt zu engagieren wer hat dabei der medik ist da mann wo ist denn unser medik der war ein mauser ich bin gar kein medik wird mir aber als medik angezeigt ne ne ich war medik dort wenn man ich guck mal ob du glaubst du bist medik nicht ich nicht ich meine ich nie nicht das hört sich an die base ist ein medik ist wird es ja machen aber ja das ist ja mit sporen ist das bahn echt bescheuert was manchmal auch eine ablaufzeit nicht immer sofort wird schon wieder auf welch ich mache jetzt mal panzerabwehr und zerstören diesen kakt damit diese damit die leute da hätte ich es jetzt bei mir kommt noch sie weil die freundin wird der fahrg ist das mal sehr was ja das hätte ich auch machen können natürlich jetzt wird jeder die klasse wechseln können weil ich nicht dran gedacht du kannst dich mal du kannst mal zur munitionskitzung gehen das ist hier richtig durch die tür ost tür dadurch kommt man auf die karte ist um so munitions der lark wo er denn was noch gerade zu laufen da wo der ranger steht Langer. Okay, habe ich es gerade übersehen. Ach, ich habe es da. Na, wir haben keine Ahnung. Munitionsreserven mehr da drin. Da ist nichts mehr drin, Berliner. Da ist nichts mehr drin. Du musst jetzt alle deine Magazine weiß haben. Nein, jetzt, ja, aber das Ding wird nicht mal gezeichnet. Du kannst nichts mehr rausholen. Ich habe auch angefangen, mal gezieht, nur drei Stück noch. Nee. Warte, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, wir müssen da aber gar nicht hin, wo ich jetzt hinlaufe. Ich sollte das Koffenwasser aufschließen. Sollte nicht so getrennt drauflaufen. Nein, nein, eigentlich laufen sie schon richtig, ja. Okay. Wir sind wieder mal falsch. Na, ist klar. Wo seid ihr denn? Ich hoffe, wir sind 200 Meter quer das Feld. Ich hoffe, wir laufen hier so schön verdeckt, dass wir die von hinten kriegen. Ja, ich wollte das so District Area oder District Center direkt. Oh. Ach, du willst recht, dass du District Center angreifen. Ja, guck mal, es sind ja noch Leute auf der Defense Flag, also können ja auch mal welche Anwälte. Ich will ja nur, dass die halt an zwei Fronten quasi haben und sich konzentrieren, sodass unsere Kräfte nachstoßen. Werde ich? Ja, der ist ganz vorne, erster Mann. Ja, die haben da auch einen noch für sich. Pauli kommt mit dem Ding hier klar, Alter. Du schießt irgendwas im Nahbereich. Außer Vorsicht, da gell. Mir wird geholfen. Ja, du geholt. Ich habe eigentlich Smog. Dankeschön. Soll ich versuchen, mit der Panzerfaust diesen gelben Truck zu zerstören? Oder soll ich das überlassen? Die Verlösung 312, da kommen wir Tracer her. 312? Wörde. Jetzt krieg ich mal Riesung. Mörser, vielleicht kriegst du den Mörser, den Feindlichen. Wo ist der denn? Akustisch bei dir dort irgendwo. Kann ich hier auch einen Punkt setzen, sag mal? Boah, gibt's hier? Klappspaten oder sowas. Was kann ich für den Klappspaten machen? Aber mit dem Spaten kannst du aufschaufeln und abschaufeln. Ich hab verstanden, du willst Marker setzen. Was kann ich denn mit dem Schaufel schaufeln? Weiß ich. Das, was der Squadleader sagt, aufzubauen. Achso, da muss er erst was sagen. Was sein zum Aufbauen? Fisch jetzt hier auf irgendwelche Tracer zu. Okay, ich habe bestimmt sechs oder sieben Malen rechts liegen lassen. Ich muss gerade langsamer machen. Also, wir könnten ganz entspannen, die ganze Squad könnte hier so entspannen, dann lang oben. Oh, Mörser. Ja, das war eine ID. Ich schließe erst zu dir auf, glaube ich. Ich bin hinter dir. Ja, es geht nicht. Mir wird gesagt, 50 Meter Feinde. Bereich. Oh Gott, ich dachte, da bist du ein Feind, aber dann habe ich gesehen, was du das bist. Du hast gerade die Straße gekreuzt, ne? Ja, richtig. Ich habe extra geschaut, wo du bleibst. Hä? Hä? Also, es hörte sich gerade so an, als der Sniper direkt rechts neben uns lag. Habt ihr gerade auch Spawnscreen? Ja, we're in Searchless Forces win the battle. Also, nicht wir? Nein. Also, nicht wir. Ich hätte schon gewonnen. Enter, um Spawnscreen zu öffnen. Okay. Ja, es war nicht. Rauser weg. Was? Ich bin weg? Du bist jetzt im Team gerade nicht. Ja, bei mir steht oben rechts onloading und ich habe die Tastatur wieder vor mir. Ich drücke gar nichts. Ich fasse nichts an. Ja, ist so. Ich habe nichts gemacht. Ich war es nicht. Ich habe ehrlich nichts gemacht. Ja, ich glaube dir. Geil ist, die Zeit läuft ab von wegen, du hast gebraucht 15 Minuten bis Ende oder so. Keine Ahnung. Oh Gott. Dreht schon wieder bei. Warte, 156 bis das Spiel beginnt. Das ist ernsthaft. Ja, das ist extra so gemacht worden, weil früher war das nur 30, 40 Sekunden, aber du brauchst echt so lange, wenn sich tatsächlich Squad wieder mal meldet. Wir haben vorher alles abzusprechen, wer welche Fahrzeuge nimmt, wenn das alles kommunikativ natürlich funktioniert. Okay. Okay, 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 okay. Ich mach so Finger weg. Ich mach gar nichts. Kannst du denn überhaupt noch ein bisschen scope? Ja. Wenn du noch ein bisschen bei uns, das ist ja schon 9 Uhr, deswegen. Ja, ja. Ich guck halt auch ein Pin des Todes. Du bist bei mir gehabt. Okay, das wäre jetzt, ja. Ja, ja. Ich auch wieder, wir können auf einen anderen Server gehen. Wenn du raufgehangen, war ich ein bisschen weg. Hm, okay. So, ich mach mal auf. Ich mich mal so ein Artillerie-Jeep fahren, weißt du, so yalla yalla. Ja, puh, puh, puh. Na komm, mach ich nochmal den Medic. Ja, ja. Mauser geht von uns in der Rolle auf. Hm, merk ich schon. Oh, na. Wir können nur mainbase-borne, ne? In einer Minute, ich mach aber ein bisschen. Ich mach erstmal ein bisschen Handy-Game. Ich hör auch noch gar keinen anderen. Ja, erst mal Twitch. Ja, irgendwas machen in der Zeit, wo ich nix tue. Ja, ist so. Locked. Ja, in zwei Monaten wurde schon mal gelockt. Sehr schön. Ja, weil du deinen Kanal. Locked. Okay, das wird in Englisch sprechen, also ja noch. Ich mach mal Handy-Paralleladen. Ach, wir machen ja einfach Unterstützung. Wir machen jetzt hier. Wie viele Leuten geht das so sicher nicht? Okay. Ich find viele Leute richtig gut, schon unter dem Radar spüren die ganze Zeit. Sales-Action. Ja, nur, dass wir dann halt nicht, auch nicht die guten Plassen haben, ne? Sag ich mal, ein Scope auf einer Waffe oder das, ob man vielleicht auf seinem MG Scope hat. Ja, oder das ist immer die Größe. Ich hab immer noch Wart auf einen Sanitäter auf dem Spawn steckt. Wo bleibt denn Mauser hier, geht's ja jetzt eigentlich los? Ja, bei mir steht, Wart auf den Sanitäter drücke Enter. Ich drücke Enter und es passiert nichts. Ja, weil ich's denn dann nicht habe. Nein, aber vorhin, wie's zu Ende war, weißt du? Ja, letztendlich, gut. Können wir eigentlich ziemlich schnell gewinnen, der Gegner hat nur noch acht Leute. Und mal. Wir nehmen jetzt aber, damit ich euch mal das andere zeige, das andere System. Hallo. Wir nehmen ja mal so eine LKW. Moin. Was für gegenwärtig, diesmal snipe? Pupp, komm. Ich hab's, äh, würd ich sagen. Ich glaub, mein Squad hat sich auf, äh, wo auch immer der Asli da ist, hier. Oh, Jogel. Ich hör ein Handy. Äh, nehm eine Leute, wenn sie raus. Äh, hier kann ich... Haben wir eine Pans-Up-Fair haben wir. Eine Pans-Up-Fair haben wir schon. Gut. Außer die Nisla, äh, Ranger Kenato, ich mach euch ne Kette auch, wenn ihr wollt. Ranger, hörst du mich? What? Ja, ich hör... Ich mach euch ne Kette auch, wenn man zu einer Kette, bitte. Außer die Nisla, 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 die Nisla. Die Nisla, die Nisla, die Nisla, die Nisla, die Nisla, die Nisla. Ich hör gut an, ab, der Kette, ey. Masch. Soll ich fahren oder fest? Es ruckelt nur. Na, wir können auch den Server wechseln, weil's nicht. Ne, jetzt mal wieder einer auf die Wunkkasse, ich ruckele. die funktasse nervt des todes bei denen alter machen die sind so laut hast bei alter und auch munitionieren okay das werde ich nie brauchen so was dafür hasse ich fahrzeuge zu sehr und ich habe jetzt während der fahrt im squad menü auch noch marka versetzen aber wir sind nicht dumm ja mein squad hat sich auf Wir haben die Gelenke vom Panzer so rüber. Ähm, warte mal, die Feinde haben schon so viel eingenommen. Kotzreiz. Ne, ich glaub das ist die von Anfang an. Bis gleich. Ja, bis gleich. Bist du da durch den Baum gefahren? Ne. Okay. Ach so, ja. Einige Bäume kannst du wirklich durchfahren, aber andere wieder nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt auch kein Panzer. Das war mal ein teures Fahrzeug. Fahre ich richtig? Ja, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo werde ich hinfahren wollen. Erster Handcrackle. Das ist grad nicht spielbar für mich. Und ich bin dran vorbeigefahren. Ihr fahrt ja rein. Genau, einfach toll auf, genau. So, alle Mann hier noch mal schnell auf der Lkw sein. Da werden nur freige Leute sein, weil ich... Zwei Mann zu mir? Zwei Mann zu mir? So, what? Kann man irgendwie Außenansicht fahren? Ne. Nein. Kann der Bahn nehmen auch nicht. Kann der Bahn nehmen auch nicht. Ich weiß. Aber ich hab' ja gefahren. Guck mal, der kann man auch nicht. Eventuell. Ja, fragt mir mal bitte zum Gehöpp. Was ist gut. Ich hab' auch noch sitzt. Links oben sieht man ja den... 100 Munition, 200... Ähm, wir haben auch irgendwie voll für die Feinde, ne? Ja, du Berliner, das kannst du klicken hier. Nur neun Stück. Nur am Ruckeln, ne? Nur am Ruckeln. Nur am Ruckeln. Verwendung. Lass Slack bei all ihren Leuten. Wenn du solltest du den Squad Leader übergeben für euch. Wie bitte? Wolltest du übernimmst du den Squad Leader? Boah, es ist ja unglaublich, wenn andere Menschen so komisch reden, ne? Was? Boah. In-Game-Voice. Ich hasse das, wenn das so komisch ist, wenn die einfach nur blabbern. Ja, tut mir leid, Leute. Ich verlass' euch jetzt. Wenn wir mal raus jetzt. Ach, wird das super. Dem so. Ist doch nicht euer Ernst. Doch. Der hat jetzt etwa nachgejoint? Der lädt gerade. Egal. Los, kommen jetzt hier raus. Es kälten. Ich habe Alter 4 beendet, den Klassiker. Warum? Wohl krass. Weil er jetzt schlafen gehen muss. Ne, aber so geht's doch schnell. Er hat's auch wieder gestartet. Was? Er muss ja wieder starten, das Spiel. Ach, die paar, zwei Sekunden, wie das dauert. Ist er schon auf dem Server? Ja, ja. Such mal. Ich hab' ja nichts verpasst. Okay. Ja. Ach man. Ja, 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 ja. Kannst du auch gerne was machen mit vielen, mit mehreren Leuten machen, dass wir theoretisch oder als Squad theoretisch eigenständig machen können. Ja. Damit wir nicht unbedingt, sag ich mal, an der Frontlinie mithelfen müssen. Ja, das war vielleicht für uns erstmal. Das war die gleiche Karte, die Flagge sind nur anders aufgetreten. Du bist schon drin? Gut, ich bin auch schon. Ja. Oh Gott. berliner freundin zufüge als berliner coach berliner du kannst natürlich auch den anderen aber berliner geändert freundin zufügen ja ein problem berliner coach heißt der boy ja b groß groß zusammen keine lehrzeichen und da ist auch doch schon das bild von unserem lieblings ausbilder oder immer an dass ich gerade im stream habe in meinem stream bin ich gerade ich doch in dem buch angehalten haben nee das geht aber ich lang raus da wie ich es kurz aufgemacht gar kein habe ich ja weg ist denn acht wir sind wahrscheinlich gegner team also ich bin aber american we love you dann lass mal die anderen schon wenn ich dann rüber kommen kann komme ich gerne wir gegen berliner die mauer muss weg bei einem siegerteam so wie es aussieht ich bin bei den russen alles ok dann kommst du mir jetzt was uns gut aufgemacht hat guck die werden auch richtig schön umfahren das richtig toll nichts gegen sanitäter aber das muss ich erst noch mal üben oder mir genauer angucken dem reich nicht ganz normalen schnönen soldaten mach ich auch fub ist hier aber ja ja da ist auch die oder base erste zu weg ja nicht also fub sport wenn du da nicht direkt anklicken dann auch gerne auf das wort wo bist du hier das ist marka steht ja da ist die defense weg check wollen wir nicht immer fox waren an welchem team der landet wahrscheinlich bei mir steht das aktuell 35 zu 33 er guckt dann es kommt der einzige man hat ihn noch muss glaubt im switch also schon da kann er das gruppe gerne ein muss noch mal kommen aber in einem bestehenden sport reinkommt optisch aufgemacht ja ganz unten dann bist du doch nicht bei russen dann bist du auch nicht auf dem server im alten so wahrscheinlich gesporn lebt mich doch am arsch ja stimmt die ich kann nicht gleich stream und das spielspiel anscheinend das packen prozessor nicht es ist so cpu lustig ja also hätte ich schon mal erzählen was ich für ein ziel gut drin hab ja ja ich wollte gerade bei mir gucken aber meine 2i7 das ist ja gut ich bin jetzt hinter euch sonst mach du aus dann mach ich an ne ist ok komm mal raus einfach komplett bin einfach auf dem server gespawnt ja das ist genau sein dass es gerade echt am titsch liegt jungen warum sinken habe ich denn solche peaks da drin ich habe schon ein mäßig eingestellt um 6.000 upload brauchst du doch nicht ich wollte aber deshalb kann ich halt in hd stream nach 325 auch kein unterschied mehr so aus dem 1080p außerdem juckt es mich eh nicht bei meiner leitung im moment nein warum nicht aber ich habe das angreifen was oder die fänden klaus war auch warte besorgen dafür dass jemand diskoniert berliner knall mal wieder ab dann bist du ja vom eingestellt dann fliege ich runter am besten so klasse rage kiddie da wollte er das mission target da die fänden oder was wollte da machen ja wir gehen da erstmal hin weil erfahrungweise storage sites kannst du nur mit panzern einnehmen da ist ja momentan auch kein anderer wir haben auch kein panzer ja das schaffen die da nicht so ja aber dann mache ich mich selbstständig und laufe woanders lang jetzt auf jeden fall das ist das ach so dieser rucksack sporn fahrzeug naja wir sind ja momentan da vorne wenn wir es da hinschaffen wo ich jetzt den marker setze ja was ist da das ist kacke einfach nix mehr du meinst doch wo die panzer hinfahren ich kann gar nichts mehr an mich sauber's problem aktualisieren mal ist einer disconnected jetzt da ist gerade einer raus auf scope seite ich bin bei euch ja ja und ist noch einer raus ja ich denke trotzdem das ist voll ja und zwei und drei sind gerade nachgedrückt jetzt geht's das guckt sehr gut aber vor allem eine große verzögerung versuchen das liegt aber nicht an mir so versuchen mal auf den marken vorzurücken du bist doch in einem anderen team nein was ist denn nur ich laufe ich laufe nur weiter weg nicht immer so nah dran ich mag das nicht immer dieses nah am feind junge sind wir ja nicht guck mal wo ich jetzt hinlaufen ja das ist schon wieder nah nein ich versuche da eine fob zu errichten zwischen spawnpont da bräuchte zwei leute bei mir glaubst du da hin ach guck mal die anderen sind da schon ja haben eine aufgebaut guck mal die haben meine idee geklaut ja hab ich doch vorhin schon gesagt da sind die panzer hin unterwegs also die storage ding noch mal angreifen am liebsten würde ich ja warten bis sie das gemacht haben und dann die andere flagge schon mal kämpfen so jetzt und ich sehe ihn noch nicht ich habe es gehört ja somit oder was anweserjahr und team schreck gucken ob das wünschen ganz kann nicht 34 36 richtig sehr hat dann aber fort hatten pink von 6 irgendwas ich habe es auch 70 moment noch nicht jetzt kannst du bei uns zum bot join und bei uns born und so 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 fußbuss des todes das ist man sieht es in game nur die glück was jetzt auch warum habe ich mit keine probleme bei sowas vielleicht spinnt einfach twitch gerade mein ding ist einfach aus und ich letztens bei gta auch aber hier steht auch meine weite abdrückt das server helfen so in was grün und ohne stream party wie bitte schade ich sage ich ja da bin wieder nicht besser gott du hast doch noch 64 grad ich habe 172 880 schuld die anzeige wenn wir nicht 170 bei mir habe ich auch 180er peter sagt ja genau das sind wir mit 200 oder was noch nicht wirklich besser der einzige gutes bei dir und bei berlin und die 80 war nicht wirklich gut eigentlich wir müssen ein ganz kurzer aufmachen wenn wir das wirklich mal spielen wollen nach quatsch warum dass man gucken ist bei einkommen die richtigen zauberer oder so da war es richtig rumgesprungen das sagt nicht an mir dann ist gut das freut uns das war auf alle fälle nicht mein problem weil mein obs hat ganz normal angezeigt aber tisch sagte mit sonst was an in der upload rate das hat gar nicht gepasst in der stream weil ich das auch unter 1000 wo es kommt es links von uns einer die fans weg macht hoffentlich einen ordentlichen medic du gibst uns hier ein paar punkte ihr versucht ich umlaufe die ganze geschichte gerade und versuche dann die flanke rein der kleine störer von der seite wir greifen wir gehen jetzt auch zu der flecke oder wie in zwei tech weg wurde um unterstützung wir werden nein schmerz zu buschwerk wie hat man dann überhaupt ein fernglas wird es gott wieder und ein takistani selbst auch noch der aufklärer wir spielen das bestimmt voll cool sks und kümmern korn das ist immer gut ja ich habe ihn selbstständig habe ich die immer gern genommen aber das man muss ja immer noch sein das spiel ist immer noch ein ist es mittlerweile in der beta und immer noch alpha weiß ich nicht welches spiel ist welches spiel ist nicht mehr in alpha heutzutage der komplex den sollen wir nehmen oder was ja die gruppe das wird ein sehr gut sie sind schon komplex von den schließen uns an wären das war so voller spielern und ich sehe keinen auch gegner an der mauer außerhalb weg erkannt soweit seid feuer frei und okay achtung und das ja okay okay ja das dort ob jemand gefolgt ist ich weiß nicht weil da ist ein busch das warte ich komme ich muss sich gut aus denn die ist bei armer ganz so los rennen hier kommen aber da hätte jetzt gott schon mal mit den actionwerper nein also ja irgendwie fein umlaufen immer ja ich glaube der hat nicht gelacht das war auch so ein einziger wie es glaubt mit so was passiert mit solchen leuten was jetzt was jetzt geil wäre wenn man als team sich hier so eine leiter bauen könnte oder duck dich mal fox ich bin ja mal zu hoch gesprungen so hoch spielst du nicht da kommt da links rum gibt es einen eingang das wäre halt episch so advanced movement advanced movement wäre sowieso episch dieser bot ist aus der helle also ich finde ich den richtig gut was hast du denn jetzt Fahrzeug wir sollten gucken dass wir reinkommen ich denke mal wenn er von hinten kommt ist das unsere das ist aber ein army dinge hä kette die armies haben keine kette der ist unser wenn du die karte aufmachst siehst du es auch so gucken wir mal ob der feind 50 meter weg ist gut 50 meter ist schon mal kein feind konnte rallye setzen schön hier kann ich bis zum airfield laufen we are at the story site in cap range achtung fox ich springe auch und dann gebe ich die deckung dann kannst du nachspringen das geht ja nicht mit alt das ist eine gewohnheit einfach da wenn ich bei dem spring beim sprung bin gucke ich halt in die mögliche richtung wo aus der feind ist gucke ich den kopf da mal hin nach ich kann euch mal auf der karte zeigen wo sich der gegner immer einkratiert ja mach mach das ist echt schwer ist rauszuholen was müssen wir jetzt machen was wir das erobern ja wir müssen auf jeden fall mehr in dem pep rating sein als der gegner ach so wie im berg fährt kann man ein rallye setzen die möglichkeit dass ich in der visierung endet wo denn in der halle in der halle also angeblich nicht fox zwei leute haben mich gesehen ist das was mich stört okay liegt ein toter russer aufpassen der liegt da kommt mal wieder zurück wo bist du denn ganz anders seid bei der kette ja richtig ja wir sind auch die weg lang gelaufen das so gesehen dass wir rechts rum sind kommen wir zurück da gibt es keine kein ausgang da wo ihr seid ja und das ist so wie er kommt er da nicht raus wissen wir ja nicht was wir sehen dass wir noch recht zu das so was sagen ist das doch freund oder fein von uns das ist fast schon wenn ihr die namensschilder lesen könnt dann ist das freund ordentlich ausgemacht da ja die kommen bloß ziemlich spät also diese stelle hier wo ich stehe schon heißt versuch trotzdem darüber zu kommen auf die andere seite wie groß ist eigentlich die cap range 242 in the hall 2 snipers es wird gerade von der anderen squad die dann gesagt wir müssen wir in die cap range soll ich auch mal nebel werfen dann machen ja klar wie groß ist denn die cap range das wird leider nicht angezeigt wir haben eigentlich meiner weise abend von der kette dann kann man so ein bisschen als deckung nehmen ich hoffe ich werde auch mal vorwärts warte nicht sag ihm er soll vorfahren sag ihm er soll rüberfahren er hört mich ja nicht jetzt fährt er jetzt fährt er jetzt können wir rüber kommen fährt geradezu Mauer sehr schön sehr schön das klappt das klappt kriegt mal feedback wenn man in der capture zone ist ja das ist so um ganz oben zentral wird angezeigt vorsicht dass er euch nicht umfährt ja ich passt doch auf der liegt hinter mir wenn er rüber springt über die mauer der liegt an der mauer oder 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 ist er ja drüber gesprungen weil ich bin drüber gesprungen und hinter mir lag er ja ich bin ich will die kann aussehen ich sehe ihn aber seinen kack fuß ich glaube ich habe ihn kapot geschossen durch seinen fuß weil er durch die wand geglischt hat was haben wir haben wir haben was haben die amerikaner denn für ding uniform multi camp hell dunkel ja ist da und erst dann wie kommen wir noch über was ich über die lösung gelandet das ist noch nicht brauchte ich jetzt nicht an einigen stellen muss man das doch bitte mal so negativ kein medic ja dann schaut mal richtung west mal die halle ran ja wir stoßen weiter daran dass ein großer korridor weiter westlich am ende des korridors sind gebäude woraus sie natürlich schießen irgendwie kämpfen wir hier nichts weil der gefeind noch um die das ist gut so kannst du gar nicht kämpfen warum nicht weil das keine attack black ist da wo du bist also ist quasi fleck bei fleck fox mit überspringen und dann gibt es mir doch nicht ist aber nicht auf allen karten so modus sehten modus green game es springer da steht ja er ist genau da steht für gut soll jetzt hinter der halle her die und die von hinten ficken oder wie ja wo wir machen ach dass ein bahnpunkt ist ja noch hinter der halle ist clear ich kann von hinten die komplette halle einsehen alles gleich warte kurz was das vor ach dann ist das werden wir so ein rallye point weißt du wer da liegt steine in boden back ich sagte warte kurz dann laufen die hinterher bevor ich hatte von hinten deckung gegeben das solltest du auch dort wo du stand es war auch mit dem medic das hat mich auf der anderen seite stoßen verbündete vor ja sie gerade ein bisschen umgesprochen dass das hier fleck bei fleck ist daraufhin haben wir uns alle verschoben ja nun bin ich an wie ein deutscher aber es ist an unserem skurt das sind die frage gesagt ok ok da oben sitzen verbündete oben rechts die werden wir schon links gucken ob das umgehen könnt weil wir keine chance ich habe erst mal geschluckt ich werde geschossen ich auch von wo weiß ich nicht ich bin wird sich umgekippt bei der usg die eis hätten wo gott wie redet man noch mal ist einer von euch haben neben bei bewusstlos im boden weg der neuerer die steht das war so könnte man dann guckt er mal einfach damit ich und was bei uns in der nähe ist doch ist einer aber der kommt nicht runter das ist umgebäude fest für kostenlos momentan ist der enemy isis es meinte damit ist amerikans zu sagen ich wollte es einfach sagen alles ist einem ägypten garth ihr könnt ihm auch antworten müssen entsprechen wenn du mir das hauswes punkt gesetzt ja habe ich neu oder ich nehme auch ich kann es leider nehme ich nehme so viel dass wir ein snapper nehmen können ja manchmal der panzer abwehr was besser ach ich naja also panzer wir machen auf jeden fall mehr schaden da kannst du auch mit den erholen spitzladung brauchen wir mehr sagt mir das es wurde nichts gemeldet vom panzer also wenn was womit du leute erschließen können kann der ersten fall ertrack das erkenne ich gerade nicht nun kann ich jetzt nicht das wollen du hast das born respawn zeit muss man gucken bin ich nicht gerade sind so dass unten erst aufgeben drücken und rechts also wenn du wachst auf der haus betrachten zu 60 erst vor allem ist was die fahrzeuge backen all das ist so abnormal er ist wie ein armer wenn du mit vielen leuten spielt was moment wird rechtsbolden kassel ok Ok. Oh no, you have a grenade down. Schau her. Do it. Do it, do it. Do it, do it. Make it good. Oh! Das habe ich jetzt auch gesehen. Das waren keine Freunde. Muss ich verbinden. Ok, seid so nah. Ah, der Typ ist cool. Oh, hier ist ja gar kein Rauch mehr. Scheiße. Oh, 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 weg, 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 weg. Oh, fuck. Ja, ist klar, Mann. Ich nehme Panzerabwehr, damit kann ich komplett komplett durch. Nimm mal alle Klassen, die du da kannst. Ja, ich muss doch mal rausdrucken. Oh, ja, oh, Panzerabwehr. Also, ich kann mal den Falligen Jeep aufgreifen. So einen großen Versorgungsblock. 43 Sekunden. Oh, nice. Rallye ist down, ich wollte meine Rallye setzen. Was? Ich kann keine Rallye setzen, ich bin ganz allein hier vorne. Oh, du musst zu mir stoßen. Go. Help me. Geht mal am Zaun entlang. Ich mach mal Wegpunkt. Sorry, Sandy, we haven't here a medic. Dude. No, there's, there's outside. Outside at the, at the building. Guck mal, Scope ist mittendrin. Ist das auch eine feindliche Top bei dir, Scope? Ja, alle Tote. Ich hab bis drei Mann erwischt. Vier Mann. Guck mal, Scope läuft eine halbe Stunde. 39 Minuten über die ganze Karte. Die denken alle nicht, dass das ein Zeiss ist. Die denken alle nicht, dass das ein Zeiss ist. Rallye Point ist ein Zeiss. Rallye Point ist ein Zeiss. Rallye Point ist ein Zeiss. Oh, was, Alter, der sitzt direkt am Rallye Point. Ich glaube, ich hab ihn erwischt. Zambi ist rausgekommen. Zambi! Zambi! Look at our Rallye Point. Is there an enemy? Hup. Auf dem Dach. Scheiße. Hey, would you say hi? Auf dem Dach. At our Spawn Point. Is there clear? Is there clear? It's clear. It's clear. It's one, it's one. Na, Glück gehabt. Ja, ich glaube, ich hab ihn gerade so im Nebenspray mitgenommen. Ja, er ist tot. Ah, wir capturen. Mensch, wir können das Ding doch noch. Weißen, ja. Ja, ich hab ja gerade auch schon zehn Leute gekillt. Ja, natürlich ist das. Ja. Das war so geil. Ihr müsst euch, ihr müsst euch mal meine Finger anschauen. Die checken nicht, dass ich feindlich bin. Und die stehen alle hier am Supply-Boxen. Und versuchen da Sachen anzunehmen. Oh, jetzt bin ich down. Hm. Ja, Sanni, ist von nichts, aber schütze macht Spaß. Geht mal zum Wegpunktmarker, bitte. Lass mal Sandy ruhig alleine das da machen, wie hast du? Da lass ich mal wo hin. Dann müsst ihr diesen kleinen Korridor. Ja, da stammt. Zwei Rauchgranaten hinschmeißen zu diesen Betonpfeilern. Mach ich da hin. Da zwei Rauchgranaten, okay. Ja. Nicht mit rechts weg, mit instill. Ja, und dann? Wenn sich das etabliert hat. Durchrennen, links rum. Hoffen, dass ihr nicht getroffen werdet. Da wo ich hocke, da sind Container und... Bist du genug? Oh ja, ich sehe dich. Ja, das... Alter, wie geil das war. Sechs Mann habe ich gesucht, die Affen. Ist meine Rückstallzone... Ja, ist sicher. Das ist ein eigener WTR. Ja, das ist ein eigener WTR. Ja, der maggefe ich gerade Feuer schützen. Frag jetzt auch ein Infanturisten. Berliner, wo bist du genau? So oben? Ja, ne, ihr müsst... Hey, seid im Haus. Das ist auch ausfall dir, als wär's zum Haus gewesen von neu. Ja. Hier ist ein Rucksackhaufen. Das kann ich damit mal machen. Ja! So. Wir haben einen neuen Rallye-Punkt, müssen wir an den soweit latschen. Gegner sind im Westen. Keine Ahnung. Hier. Ich gehe mal nach oben, vielleicht kann ich da was machen. Frag nicht weiter. Ja. Der Ausfall gegenüber wird beschossen. Ja, hier jemand. Da ist es so, ich kann nicht... Am entspornen. Dorn, nötigst du beide sind unsere... Und wir waren Gegner gerade bei mir. Edgar Schoss. Westlich, meine Position. Hallo. Wir kommen zu dir. Der ist hier drinnen. Oh, die sind alle... Au. Was denn? Ja, von rechts nach links ist hier gelaufen. Von rechts nach links ist hier gelaufen. Ich glaube, das Gebäude ist jetzt im Westen. Da sind die Feinde drin. Hier oben ist keiner. Ja. Das Gebäude da oben ist voll mit Feinden. Besser Stock, sehe ich weg. Ja. Lass ein Skop drauf, das ist ja gut. Der jetzt nach links gelaufen ist, aufpassen, der kann wieder zurückkommen. Ja. Und Jungs. Da verarsten. Den muss ich nicht. Okay, sag nur so aus. Okay, Glück gehabt. Oh, wir capturen. Äh, Mauser, hast du noch Raketen? Warst du nicht Raketen? Ja, ich hab noch Panzerfaust und so. Ja, dann mach mal Vorbereitung hier. Oh Gott. Hey, wo bist du denn? chmal hast du HE oder so? Das gibt's ja schon unterschiedliche. Ja, du hast jetzt nur ne... Ja, Ape, glaub ich drin. Colonel, Colonel. Der Annihame ist West Side. Building, First Floor. Watch out. Also, wo sollen die denn hin? Erster Stock, westliches Gebäude. Ja, wenn er hier gerade wild ballert. Ja, drück's, drück's. Ja, drück's, drück's. Ja. Einfach ins nächste, nächstes Fenster zielen. Such dir eins aus, Feuer frei! Nein, zurück, zurück! Nachnamen! Jawohl! Medik! Medik! Ah, der Skop ist kein Medik mehr. Das stimmt! Wir brauchen hier einen Medik, bitte! Bitte! Ah, sieht gut aus, sieht gut aus! Gibt es? Habe ich? Wie komme ich? Oh, wir kriegen ja richtig doll Feuer rein! Neue Spawn lieber! Ja, machen wir! Weit weg! Ich habe alle reingeballert, die ich habe! Ja, dann nehmen wir jetzt ja! Du musst holen das! Du musst holen das Possession! Oh Gott, die US gewinnen! Oh, da kann eine Rakete! Ich bin auf dem Weg zu euch! Ich bin auf dem Weg zu euch! Oh, die Ketten zurück! Wenn der Smok geht, sollten wir rauskommen! Ich meine, wir werden wahrscheinlich sterben, aber es ist eine Worte! Mittlerweile müssen wir den Weg bis zum Weg! Okay, go ahead! Ich weiß nicht, wo du bist! Okay, go ahead! Sollen wir uns mal versuchen? Komm! 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 Hilf dich! Ah, höre! Ich bin da auch! Ich auch! F***! Wie viel Smok! Ich hätte noch mehr gebraucht! Ich denke, ich kann dich sehen, aber... Ich werde wahrscheinlich sterben, wieder zu werden! Du brauchst mehr Smok? Wir haben da oben 50er aufgebaut! Kaffee nach RNG und Floß auf! Ihr habt zusammen jetzt vier Rauchgranaten! Ihr müsst halt so garten, dann von Rauch zu Rauch! United States? Ja, dann! Ich bin noch! Am... ...Kickerwehrwrack, im lilanen Rauch, sitze ich! Are you dead, Bobby? Yeah, I'm just waiting for my medic! Yeah, we're doing like this big push! I just do this with something! I was like, yeah, when the smoke goes off, we're getting pushed! And we did it! So now we're actually like, far up now! Yeah! Bowser, wenn du wieder APOTI hast, dann hau ich jetzt welche in den ganzen Stock rein! I have no smoke mehr! Got the APOTI, so... Und jetzt lädt einfach ein Cabrio durch das Grau haben! Bleibt in Deckung! Boah, lol! Blue on Blue, Alter! Shit, I'm down! I'm down! Spawned! Ja, das ist scheiße! Wenn zu viele sterben, dann können wir nicht ziehen! I want to spawn as a melee! This is what I actually need! Yeah, I need a melee! Spawned in! Spawned in! We lost the... On the rally point! We lost the defense flag! Okay! 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 FUB, oder FUB... FUB, oder FUB, Golf 4... Das habe ich nicht verstanden! Das habe ich nicht verstanden! Oder FUB, Golf 4... Oder... Wir können vielleicht versuchen, sie durch die Decke zu erschießen, man sieht manchmal ihre Füße! Ja, das habe ich vorhin in einem dem Armee auch getrieben! Das hat mir nicht gehört! Das hat mir gebraucht! Ich habe nur eine Granate! Das hat mir gebraucht! Da haben wir einen Stolrische, aber die hat mir gebraucht! Das hat mir gebraucht! Granate ist rein! Ja... Schreie sind zu hören! Entschuldigung, wir müssen den ganzen Weg zurück gehen. Gut, unser Panzer ist im Erdkopf drin. Oh oh. Ups. Ist das ein Camper? Hm. Links, rechts, links, was? Was weiß ich. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh. Ich hab getroffen. Ich bin Daud von hinten. Daud, Junge. Daud. 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 Daud geht an. Ja, wir spawnen bitte an der POP die Central Patriot Guys. Golf 4. Auf gar keinen Mann. Ja, Golf 4 und dann ist die Defense weg. Golf 4. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin, wo er hinläuft. Okay, ihr fein, ihr fein. New Attack. New Attack. Is Lower Petrivka. Is Simund, ey, ist Simund. Kann ich nicht spawnen. New All Units Lower Petrivka. Ich hab schon Detail abgelaufen. Nochmal, Enter, Enter. auch schon da wo auch die defend position also marke drauf liegt was war eben so witzig mit sandsäcken ja dann können wir in einen rallye setzen 10 Sekunden du hast einen capture? ja du auch? oh mein mom hat mir eine pizza und das ist fucking disgusting oh ihr capturet schon wieder jetzt nicht mehr ja ja zumindest zwei leute dabei ok ich bin leggy rpg oder stecky ok ok so oft aufgeben bei medic hast du das auch nicht ja du bist ja gleich Spender ja wegen Rausdauer jetzt ja wir müssen fokus laufen ja 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 so und wir ziehen ja jetzt weil wir nämlich mehr sind da kriechen wir uns in irgendein Haus und gucken dass da noch keine Camper drin sind ja können sie ja 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 ähm ja ja jeder das da hinten wir hatten hier jetzt mehrfach ähm freiechafters das war drei versuchte jetzt gegensatz du kannst auch willk und sie halten hast gehört auch will von dem bürger ist das taktische englische worte für wir verstanden setzen wir so um das doppelstöckige haus da vorne blaues dach ja dann würde ich gerne rein als scharf schützen kannst du gerne ausprobieren da kämpfen auch meistens die anderen aber gut jetzt aus weil ich komme mit dir rein ja also noch mal zu im bus 3 wird jetzt wenn wir das hier eingenommen haben nochmals ein paar vehicles nicht nicht fahrbar wie als die ja ich habe auch die ganze zeit was okay guys okay guys es ist hier zu defend position bin ich eigentlich ohne footsteps unterwegs defend the position yes sir yeah we're defending we're defending we try it in richtung von stolzheit na oder 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 okay wir sind genau we are wo 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 wir Hallo Christoph, es gibt noch nicht genug, aber ich denke, es wird nicht möglich sein. Ja, auf dem Wege, ist das geplant? Ich habe das nicht ganz mitgekriegt, dass es zu einer LVB umgebaut werden soll, oder ist das der Plan? Nein, das war jetzt eine Frage. Ich meine, ja, ja, ich... Kontakt? Es ist etwa East oder West. Press Nummer 5, Josh, und dann halt Right-Click. Ich bin kein Medik mehr. Ich habe gerade drei verschiedene Funkfrequenzen auf dem Ohr, also es ist ein bisschen schwierig gerade. Ja... Ist es ein Medik in der Squad? Nein, das ist nicht... Ich sollte es sagen, es ist ein Medik. Ist es etwa East oder West, Leute? Ich weiß nicht, woher von 100%. Es wäre wahrscheinlich East. Es war West 275, das ist etwa ein Kompond. Ich habe richtig Ausbau bekommen. Ich habe richtig Ausbau bekommen. Ja, 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 West. Ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut. Sehr gut. Gut, gut, gut. Das ist ein Panzerhäuser. LRV kommt ab. Haben wir Panzerabwehr? Ist das... Ist das ein Panzerhäuser? Ja, das ist ein Panzerhäuser. Das ist ein Panzerhäuser. Oh, PG ist bereit. RPG? Ist das ein Panzerhäuser? Das ist ein Panzerhäuser. Ein Panzerhäuser. Ich habe eine Panzerhäuser. Ich habe eine Panzerhäuser. Okay, Infanterier ist ausgestiegen. The enemy is coming out of the vehicle. Head to North-West. Fog, is it down? Nein, bin auf dem Leben! Fog out! Gernade! Wird man, man! Gernade! Da 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 bist du, Berliner Directly west in the field I'm moving in close Do we have me here? If anyone can pick me up? I don't think we have any medics in the squad I'll come back Nick Right the truck is We need to push from the north Pick Papa's here Yeah, don't mess Don't mess with this man Mean you lit them up with the grenade We're gonna need some ammo Just slap them with an RPG Okay, good job Back to defense In the cap range Yeah, we need more ammo I need RPG ammo Two guys to me Reset an FOB Ammo Yeah, we need an AM A launch truck as well then Otherwise we have anything Fox is here Can we get LMG? I'm on the way to you, I have a We need a launch truck I need 100 points more For an immigrant Yeah No, isn't it 400 points? 400? Oh my god, we murdered them here Yeah, exactly Look at all these bodies The RPG came flying When they all just dropped Haha I think I'll go back to my double-stacky house I'm on the way 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 Look at all these bodies Come on Here We need more defenses Where are you? Where are you? Where are you? Oh my god This is This is the enemy right? What? Yeah, yeah No, no, we're running here Why are you running around? Yeah, then you stick us off Oh Shills Shills Shout out Shills Shit Inside town Inside town In the first shot from from where you are Yeah, yeah I'm running around www.NrMG entrance 130 Send us Push up on the man Elena, I'm behind you wie geht es wie geht die mutter aus Mauder, lass mich vor Vorsicht, lass mich vor einer ist da unten ja, sehr gut, sehr gut, einer ist da zu dir gut für dich, einfach nur check auf die rübeband ok, 1st, fahrrad, rübeband ist klar jesus christ man ich ich komm auf die hände haben wir einen Mann die blühe ich komm, Karl Marx Carlin, independin, wo ist es denn. du hattest du irgendetwas, du wolltest mir noch zeigen mit dem schufschützen und ich habe das er liegt dann noch an der straße tatsächlich das war in der west und auf die field was soll zu mir zeigen ja jetzt ist schlecht gerade hier ist viel die kosten aber gehen links rum hier schauen wir gerade aus da kann so besser durchschießen wie ich sehe an der straße links links an der straße da an der bus anstelle habe ich so weit weg geschossen hier links in den wald rein zu springen und für den fahrzeug was da vorne schliegt entlang an den scharfschützen wechsel schießen ich gebe die deckung die fahrzeug aus tot du ja wie funki mit bravo Und wo war denn der Schuss vor dir? Frontal oder rechts? Nee, vom Wald aus. Es war ein Sniper. Ja, das sieht ja kein persönlich aus. Was ist das? Running low ammo. Wir brauchen eine Armutbox, aber wir brauchen eine Logi am gleichen Zeit, um die Armutbox zu bekommen. Wie kriegen wir eine Logi? Ich bin zurück. Wir brauchen eine Logi-Trak. Ehm, eine Sekunde, ich weiß, ob es eine Logi-Trak ist. Logi-Trak ist... Logi-Trak ist... Logi-Trak ist... Das ist das. Ja, es ist nicht da. Shit, Mann. Josh, fett ein BTR zurück. Hey, ich höre. Ist das ein Freund? Wie soll ich ein BTR? Nein, es ist nicht, es ist nicht. Oh, es ist ein BTR. Wir brauchen eine Logi-Trak. Alles klar. Ja, Josh ist in der Wrong-Spawn. Ja, Josh ist in der Wrong-Spawn. F.O.B. Oh, okay. Oh, okay. Er hat noch nicht spawnt, Mann. Okay, Dox noch nicht spawnt. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir gehen mal Main-Base. Wir gehen mal Main-Base. Wir gehen mal Main-Base. Dox, bist du da? Ich bin noch nicht gespawnt. Ich habe jetzt gewartet auf dich. Main-Base. Main-Base. Ja, dann sag das, Dox. Warte. Ich bin jetzt Main-Base oder was. Jetzt. Ja, klar. cooperation. Ich bin jetzt auf dich. Ich habe einen Kurs. Unentsprechend. Ich habe einen anderen Armored-B Auto gemacht. Warte! 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 Okay, we're going to the right eco. I think we lost this territory, guys. There's just too many armored. Fox, I'll put one here for the gunner. Odin, which car? With BTR, what is that? BTR, BTR-60, how it looks like we have a gunner. Can you give permission to the vehicle? Yeah, it's open, it's open. Yeah, I need a gunner. Someone got in the gunner, man. Someone got in the gunner as well. Okay, they're moving into town, they're inside town, guys. Yeah, we're on the way with two vehicles. Belina, I'm in the cage. Yeah, it's okay. It's two enemies, guys. Okay, guys, rolling. With the key 3, I think you can go ahead a bit. But I'm in the cage, I'm going to look at it. What's going on? What's going on? What's going on? Keine Geländefahrzeuge, oder? Ist das eine Straße? Vorsicht nicht. Mit irgendeiner Tasse kannst du noch ein bisschen zoomen. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig gut. Finde ich gerade nicht. Ja. Der andere, der stirbt, bitte dann am Rallyepunkt spawnen, solange der noch aktiv ist. Ja. Ich denke, sie haben rausgebracht. Oh, nein, sie sind hier noch drin. Ja, wir werden es nur aufpassen. Ich bin runter, ich bin runter. Auf jeden Fall haben wir die starke Kanone und die Kette hinter uns. Mein Gott. Es macht einfach keinen Sinn, dass die damit zwei WTLs benutzen. Warten um 50 um zu sparen. Okay. Ich bin smoking you out and then I'm gonna revive you. Alright, thank you. C. So, geradezu, ist das ein fein Fahrzeug? Feuer, Feuer. Es hat schon einen HIT, er hat schon einen HIT in vier Minuten. Oh, undead. Ja. Oh, shit. W-where is our team located? We need you here, the second vehicle. We need you here, the second vehicle. Aber sie ist auf sein Behalt. Und was sie ist auf sein Behalt. Aber die Armys haben keinen Wind. So, der Smoke rechts. Da ist er. Da steht er. Feuer. lade nicht so kann ich nicht zielen im graben fährst du kann ich nicht zielen nein wir sind nicht mehr fahrzeug brennt aussteigen kettenfahrzeuge zerstört er war ein gegner links von patsch aber schon wieder ich kotze sorry guys we lost low petrovka two mtv's here oh shit loading der rally hot weil ihr da alle rumliegt ich muss da unbedingt rein spawnen neuen rally setzen für euch bleibt stehen bleibt stehen wer ist denn hier hier ist ein bisschen in der kleine Schatz nach dem Fahrrad fahren gut steht weiter